für die youtube zuschauer fast ununterbrochen weiter aufgenommen wird direkt wieder auf die aufnahme gedrückt und heiße euch willkommen wir haben eben alles gemacht aber wie wir sehen haben wir wirklich nur den bonus bekommen ich finde ich ziemlich scheiße ich habe aber gerade noch mal weil ich nehme ich kein geld ist eingegangen dann werden wir alles noch mal machen müssen das jetzt hier sabotage ist ich glaube es aber auch wir gucken aber wieder okay dann machen wir das noch mal die da kommen was los kann ich mir da der zocken will oder das auf eine gruppe 3 müsste ich doch irgendwo mit reinkommen können warte auf spiele ich möchte aber eigentlich eine der fünf offene gruppen ach komm schon er müsste doch jemand finden lassen kann doch wohl nicht sein was ist denn hier los tja dann müssen wir doch alleine machen sonst stehen wir hier noch ein paar stündchen rum wir werden jetzt halt wirklich wieder checkpoint base ding ist finde eine mod dann ist es halt echt kacke wenn man das alleine macht aber gut your target is the reactor meine waffe ist noch ein bisschen besser geworden ich habe noch weniger chance jetzt zu entkommen alter wie es die weg hat aber niemand mehr tief im außenposten überraschung oh nein du machst hier kein alarm an du machst hier kein alarm an nein habe ich gesagt kein alarm ich habe es genau gesehen ich habe es genau gesehen finde ich jetzt nicht so schön dass du mir hier mal ausgelöst hast aber gut wir konnten ja schnell reagieren so wo muss ich hin war eigentlich schon ganz gut aus dem richtigen Weg oder ich muss runter den zerhaut es aber auch in zwei teile wo haben wir wo haben wir das ist ja schon ein bisschen mit irgendwo habe ich ja ein bisschen mitleid mit dem gemeinen fußvolk so merkt dann auch direkt wenn da ist direkt mehr gegner aber das ist nicht wirklich das ist nicht schlimm ich möchte hier nicht rein ich möchte hier nicht reinfragen ich möchte hier runter ich möchte hier runter okay dann machst das ich bin sämt ich bin sämt ich bin sämt wo sind die anderen da hüpft einer rum und einer ist schon vor. Ich hab mal kurz explodiert. Gustav, hat er gerade Gustav gesagt? Ja Leute auf, kommt schon. Haltet euch doch nicht so lang bei den anderen Leuten. Zeug da auf. Ob er hier alles in die Luft fliegt. Tja, der steht hier und weiß nicht, dass er eigentlich vorne befreut den Kernschirm oder so. War was? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da und da. So, wir sind da. Alles gut, alles gut. Max Wagon, Max Wagon, Max, Max Wagon. Mehr geht nicht. Wie sehr schön. So und jetzt gucken wir mal. Jetzt können wir nämlich hier zu Martialis. Und das ist Rettung. Rettung, 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 Rettung. Naja gut, komm. Der ist weg. Weiter auf Mitspieler. Drei, zwei, eins. Und einer ist noch kurz vor knapp abgehauen. Der hat ja keinen Bock. Der hat ja keinen Bock. Die Rettung. Der Siege 30. Ich denke, das werde ich noch hinkriegen. Das ist eine Rettung. Wir müssen den Händler entfernen, bevor es kein Schmerz kommt. Opsa. So. Tja. Leider habe ich dir da im Weg gestanden, ne? Da ist noch einer. Das wird so im Laufen geht das. Das ist noch ein Schränkchen, was aufgemacht werden möchte. Oah, da bin ich hier eben in der Format eingelaufen, oder? Da kommt mir so bekannt vor. Ja, da draußen wird bestimmt jetzt wieder der Alarm angemacht. Ich weiß nicht. Da bin ich da draußen nicht durchgerufen. Aber der wollte eben den Alarm anmachen. Die Sau. Da war einer. Den habe ich gesehen. Hallo. Darf ich erst mal an nachladen? Einfach mal so knallhart gegen die Wand verschoben. Was nehmen wir mit? Achso. Ja. Was. Schön, wie die Karriere ist eben nicht verachtet. Wo wolltest du hin? ja nicht genau dahin wurde er auch in weiter oder war jetzt eben noch beschossen ja 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 hier kommen wir mal klar hallo freunde wie geht es euch ein gegner diese granaten so was das ganze mal von hier oben aus die werden die so ein bisschen an wie die wie die wie die monster alle die fliecher weil das fünfte element so haben wir hier ein schussschilder auch Und hier laufen sie rum, als wäre nie was gewesen. Ach ja. Aber ihr habt nicht mit meinen fliegenen Fingern gerechnet. Was ist das denn? Wüstenrochen. Wie sagt man so schön? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Sind das die Dinger, die mich da angreifen? Ja, wir werden Freunde. Okay, wir werden hier mal ein bisschen durch. Wir freie sie. Du bist ein bisschen schwieriger durchzukriegen, als deine guten Freunde. Ich muss hier erst aufmachen, stopp. Stopp. So, jetzt komm mal, Alter. Kommst du? Komm, ich geh mit. Komm, ich geh mit. Treppe. Ja, brav. Was hab ich noch gemacht? Geisel 134, 134. So ist das gerne. Hier sind wir die Wochen, die uns ein bisschen... Wollen sie zum Ablenken dringen? Fickt der das? Ah, okay. Ich will auch gerne rumfliegen. Alter. Mach hier. Jetzt soll ich erst mal auf meine... Was war das denn? Warum waren da auf einmal so viele Leute? Und warum ist meine Geisel nur noch so... Holy shit. Geh mir doch jetzt mal nicht auf den Sack, Kollege. Okay. Das hatte ich auch noch nie, dass mir so eine Härte aus dem Geist gegangen ist. Okay. Kriegst du das hin, hier hochzuspringen? Ich geb dir Rückendeckung, okay? Okay. So. Ach, stopp. Ich laufe aber jetzt nicht direkt an Sachen vorbei, die wir looten können. Und looten sie nicht. Ähm. Aber bevor es hier weiter geht, sag ich den Youtube-Zuschauer mal wieder tschüss und bis zum nächsten Mal. So. 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 So.